Und damit willkommen zu einem neuen Part von New Super Mario Bros 2. Wir sind pilztastisch immer noch hier unterwegs, hier in der Pilzwelt. Und heute geht es mit Pilz A direkt weiter. Hier, ja mal gucken was das für ein Level ist. Wir hatten jetzt schon unter Wasser, wir hatten irgendwas ganz anderes. Und jetzt haben wir so eine Art Eis-Turm oder irgendwie so auf jeden Fall ein bisschen Eis. Ja gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich kriege eh hier eine Feuerblume mit haufenweise Kugeln. Ja, und ein paar Dinge zum Ansprechen. Und zwar für die 100%. Ich will ja 100% schaffen hier an diesem Spiel. Das war ein bisschen dumm. Ah toll. Ich will ja hier 100% schaffen. Und da hat der liebe André mir geschrieben, dass man dafür, um die 100% zu machen, 1110 Leben am Ende braucht. Das heißt, man braucht noch ein paar, man muss noch ein paar Leben farmen. Also André, da nochmal danke für die Information. Äh, hätte ich nicht gewusst, weil, weil das zählte in den anderen Spielen nicht zu 100%. Daher hätte ich das jetzt nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Allerdings nochmal danke. Und der liebe Nam hatte mir geschrieben, dass man, ähm, 9.999.999 Münzen braucht für die 100%. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube ihm irgendwie nicht so. Nam tolt da gerne mal rein. Ich werde mich auf jeden Fall nochmal offiziell informieren, was man letztendlich wirklich für die 100% braucht, weil ich würde schon gerne die 100% ja voll machen. Das wäre schon ganz nice. Ja, ein Item. Wuhu. Gib mir die Feuerblume. Danke sehr. Danke sehr. Und dadurch, ja. Dann mal gucken, ob das dann wirklich zu 100% zählt. Falls die 9.999.000 Münzen zu den 100% zählen, mal gucken, ob ich das machen werde. Ah gut, da lasse ich mich treffen. Ist, war so oder so, nicht abzuwenden, so wirklich. Okay, da ist bestimmt ein One-Up drinne. Ist mir egal. Ich sehe allerdings, dass hier eine Röhre ist, obwohl wir eigentlich schon alle Star-Coins haben. Yay! 50 Münzen, das nehme ich doch gerne. Alles mein Geld, alles mein... Ah! Das verschwindet plötzlich. Was ist hier hinten? Ah, okay, da geht nur die Kugel weg. Okay, okay. Dann sind wir... Warte. Jetzt bin ich verwirrt. Auf dem Touchscreen wird da ein Boss-Symbol angezeigt. Heißt das? Es gibt da irgendwie ein Boss. Aber wir sind doch nicht in den Turm hineingegangen. Oder ist das immer ein Symbol da? Ich glaube, es ist immer ein Symbol da. Okay. Da stehen wir durch. Wunderbar. Und dann sind wir wieder draußen oder so? Ja, das sieht nach draußen aus. Warte, da oben gibt es bestimmt ein paar Münzen. Ja, sehr schön. Das sah auffällig aus. Ja, okay. Ich habe mich nur durch dieses Symbol verwirren lassen. Weil so ein Boss hier... Wir sind hier ein Mario-Spiel. Da kommt nichts zu, was überraschend ist. Auf jeden Fall haben wir dieses Level jetzt hier geschafft. Das führt uns da hinten hin. Sehr schön. Und als nächstes machen wir dieses Level. Und da gibt es tatsächlich nochmal eine Kanone. Wohin führt die Kanone mich dann? In die Blumenwelt? Oder wie ist das? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Gucken wir aber dann mal. Okay, haufenweise Ranken. Okay, okay, okay. Finde ich interessant. Finde ich interessant. Ein Ranken-Level. Warte. Ist da unten vielleicht was? Ach, schade. Hätte erst denken, dass da ein Starcon oder so direkt versteckt ist oder so. Naja, naja. Okay, es geht nach oben. Und es ist scrolling. Nein. Ich muss hier rauf. Ich muss hier rauf. Ich muss hier rauf. Es ist leider scrolling. Oh, mit Ranken. Okay. Also noch mehr Ranken. Da also mal ein bisschen die Augen offen halten. Wo eventuell Starcoins sind. Keine Ahnung wo. Aber vielleicht finden wir noch welche. Okay. Und die können wir halt alles. Also in jedem Fragezeichenblock oder so gut wie in ihm sind noch Ranken drinnen. Okay, okay, gut zu wissen. So, das hier mal. Zack. Da gibt's neue Items. Okay, keine neuen Ranken. Ah, da ist die erste Starcoin. Okay, die war... Ja, einfach. Okay, okay. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. So, hier auch mal hoch. Ruhig alles. Andrücken, was geht. So, haben wir jetzt das. Haben zwar Tanuki verloren, aber es ist nicht so schlimm. Was ist da drin? Nix. Huh. Auch nix. Mann. Das ist fies, dass da nur Münzen sind. Aber gut, irgendwann müssen die Ranken auch enden. Und deswegen... Okay, Starcoin Nummer 2 haben wir und wir sind oben. Okay, das ist schon mal sehr, sehr schön. Zack. Und hier ist vielleicht ein Tanuki drin. Ach, nee, da links. Nimm ich auch. Nimm ich auch. So. Rote Münzen kann ich jetzt eigentlich drauf verzichten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist zwar nicht so schwer, das einzusammeln, aber... Ah, verzichte ich drauf. Ich will nur die letzte Starcoin haben und dann ab in Ziel. So, weg, 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 weg. Ja, hier, hier könnte man noch mal ein bisschen Münzen erfarmen. Nee, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ah, da ist ein Gegner. Oh. Da war ich schon ein bisschen zu voreilig. Okay. Sehr schön. Letzte Starcoin haben wir ab nur noch in Ziel. Kein schweres Level, aber doch ein cooles Level. Hat mir gefallen. Ist eine coole Idee. Und ich finde das gerade so schön mit den Paragruppas. Schön. Okay, okay. Gleich müsste das hier ja irgendwo sein. Nochmal ein paar Kettenhunde. Alles klar. Gibt es hier irgendwas? Nee. Oh, da oben noch ein Kettenhund. Ich verschwinde lieber auf die linke Seite. Ist immer bei den grünen Plattformen ein Kettenhund? Sieht so aus. Dann möchte ich da jetzt nicht so viel Zeit investieren bei einem Kettenhund. Warte mal, bin ich noch weiter? Was ist denn da links? Da ist, da ist eine Lücke. Ich versuche gleich meinen Kettenhund da wegzumachen. Jetzt. Das heißt, hier ist noch Ranke. Genau. Was ist da? Sag mir jetzt nicht Secret Exit. Nee, es ist einfach nur der Weg für die Fahnenstange. Okay. Nehmen wir. Und ich habe es brauchen, weil ich dachte, das Ding kommt direkt danach. Aber doch, das Level hat mir gefallen. Das war schön. Das war schön. Das habe ich gerne genommen. So, die Kanone, die werden wir dann, also nachdem wir die Welt abgeschlossen haben, werden wir die Kanone betätigen. Jetzt geht es erstmal hier ins dritte normale Level rein, ja. Ein drittes normales Level. Okay. Interessant, 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 interessant. Das sieht echt cool aus, auch so vom Design her, natürlich gehe ich da voll in die Lücke hinein. Voll in die Lücke. So, her damit, her damit. Und nee, es ist auch Scrolling. Nein. Warum? Nee, ich hasse Scrolling. Warum? Scrolling-Level sind blöd. Und dann auch mit diesen komischen Blöcken, wo man die ganze Zeit springen muss, weil sonst gehen sie runter. Was hat das dazu? Du solltest eine Stampfattacke machen und nicht rutschen. Was war denn das gerade? Ja, klar. Okay, gehen wir nochmal rein ins Level. Dann hier nochmal auf ein neues. Ja, rutsch da einfach. Eigentlich wollte ich da eine schöne Stampfattacke machen. Und zwar so. Damit ich genau weiß, was da drin ist. Vielleicht ist da irgendwas Spezielles drin. Aber nein. Der Tod war sogar noch umsonst. Ja, gut, so ist es halt. Hier ist noch eine Feuerblume. Gut. Oh, die Stuckern. Ja? Und was gibt es da? One-Ups. Drei Stück. Die lasse ich lieber in den Tod sprengen. Ist mir ein bisschen zu Skandal. Jetzt hinterher zu laufen. Der wollte gerade nicht springen, aber ein Glück hat dann B doch noch reagiert. Ein Glück. Äh, nee, die Münzen da hole ich nicht. Okay, was ist das hier? Da kommen bestimmt Münzen raus. Ja, alles klar. Ja, dann noch links. Nee, da gehe ich jetzt nicht hin. Die Kamera stoppt sogar extra ein bisschen. Ja, gib her das ganze Geld. So, dann auf zum Käfer. Den nehme ich mir kurz. Dann hier hoch. Wunderbar. Auch nochmal ein paar Münzen. Warte, ich brauche den. Ich brauche den. Ich brauche den. Danke. Dadurch, dass Mario die ganze Zeit so kleine Sprünge ausgeführt hat, konnte ich kein B drücken. Was ist denn das für ein Müll? Ich habe mehrmals B gedrückt. Nur anscheinend habe ich jedes Mal B gedrückt, wenn Mario in der Luft war. Wow. Dreckige Steuerung. Jetzt falle ich noch daneben. Die Fades sind mal wieder lächerlich. Wisst ihr, wie nervig ich... Ich... Ich kann nicht reden. Wie nervig ich... Scrolling-Level hasse. Wie nervig ich... Wie sehr ich Scrolling-Level hasse. Und dann noch das. Dann noch das. Ja. Ich bin jetzt in die Röhre rein. Da ist die zweite Starcoin bestimmt. Mann. Was? Okay. Ja, ja. Warum bin ich in die Röhre reingegangen? Weil ich eigentlich mit so einem... Äh, kann ich gleich mal zeigen. Kann ich... Mit so einem Sprung versuchen wollte, da reinzugehen. Okay, okay. Da ist das Starcoin. Äh, das war halt mein Gedanke. Und das ist die zweite. Wo ist? Okay. Dann war da nur Bonus oder so. Okay, umso besser. Umso besser. Was ist da unten? Aha. Aha. Okay, gut zu wissen. Dann damit weg. Warte. Da. Und... Warte. Von... Von... Von rechts. Hier rüber. Okay, dann haben wir wenigstens alles an Starcoins. Sehr, sehr schön. Dann doch noch irgendwie geregelt hier. Worüber ich sehr froh bin. Was ist das jetzt hier? Geh. Geh runter. Geh runter. Geh runter. Dann komme ich halt nach oben. Oh, ne. Wird nix. Ah, Vorsicht. Die Käfer kommen runter. Und da kann ich mir noch ein paar One-Ups holen. Ne. 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 Maxi-Pilz kann ich mir holen. Okay. Okay. Das ist dann doch was anderes als erwartet. Aber okay. Welch mit euch. Welch mit euch. Yeah. Komplette Zerstörung. Mal wieder hier. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und auch die Röhre kürze ich einfach mal da eben. Aber es gibt keine One-Ups mehr, wenn man den Maxi-Pilz hat. Damals in Mario... Äh, News über Mario Bros. DS. Da gab es dann immer One-Ups. Warte, was ist hier links? Eine andere Röhre. Ah, das ist die andere Röhre, wenn man den normalen Weg gegangen bin ohne Maxi-Pilz. Denke ich mal. Okay, okay. Ja. Das war trotzdem ganz gut. Wir haben bald die 300 One-Ups erreicht. Yeah. Gut. Dann geht es jetzt zum Castle. Das kriegen wir heute auf jeden Fall noch hin. Und wir werden auch noch auf jeden Fall noch die Blumenwelt heute anfangen. Im nächsten Part dann die Blumenwelt wahrscheinlich abschließen. Und im übernächsten Part die letzte Welt anfangen. Und was soll das jetzt? Ähm, okay. Ja, dann okay, nehme ich gerne. Und ich bin mal ein bisschen... Ich bin mal weg. Ich bin mal... Ähm, das war jetzt ein bisschen doof. Das war ein bisschen zu doof. Ähm, das ist auch doof. Vielleicht bin ich ein bisschen zu schnell unterwegs gewesen. Und ich glaube fast... Ja, ich war zu schnell unterwegs. Äh, da brauche ich... Da brauche ich... Da brauche ich... Die Blumen auf hier. Dann hier runter. Und jetzt ist es schnell weiter. Schnell weiter. Okay, sehr gut. Nein! Er hat so einen komischen Dreifachsprung gemacht. Aber wir sind am Ende. Und die... Wumms, die kriegen mich nicht down. Die kriegen mich nicht down. Hier ist die... Hier ist die zweite Starcoin. Alles klar. Okay, nehme ich. Nehme ich. Dann bin ich ja froh, dass ich gerade bei der Stampfattacke nicht in die Röhre reingegangen bin. Das hätte natürlich auch als... Ich würde in die Stiftenröhre reinziehen können. Gut. Und das Prinzip geht jetzt hier weiter. Alles klar. Hier muss doch... Ein Item... Drinnen sein. Ai, ai, ai. Äh... Boden. Boden. Danke. Äh... Okay. Ich finde diese Idee hier, diese Level-Idee, mega cool. Gefällt mir. Okay. Und ich brauche wahrscheinlich Tanuki, um da hoch noch zu kommen. Weil... Hallo? Fliege? Nein! Äh... Nein! Ich habe nach... Ich habe nach oben gedrückt, um nach oben zu fliegen. Das heißt, ich kann das Level nochmal zocken. Da ist die dritte Starcon nämlich. Ey, das ist doch jetzt so belastend. So, mein Freund. Dann... Wie greifst du an... Ai, ai, ai. Die, 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 die Feuerbälle, die peilen an der Wand ab. Ja, vielleicht sterbe ich eh nochmal. Oh, das ist echt fies. Das ist echt fies. Dass die Dinger mal hochgehen und... Und... Okay, da habe ich ihn jetzt direkt angegriffen. Das war eher ohne Absicht. Okay, ich bleib mal lieber hier oben. Ich bin halt klein. Das ist das Problem. So. Komm her. Nee! Oh. Dieses Ding hat mich so ein bisschen abgebremst. Problem ist an der Sache... Ich brauche eine Trenunuki am Ende. Das heißt, das wird jetzt schwierig, da durchzukommen. Gucken wir mal. Ja, easy. Das war echt kein Problem. Das war echt kein Problem. So. Jetzt nicht nach oben drücken, sondern einfach B drücken. B heißt ja... Achso. 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 Das heißt, hier muss irgendwo was sein. Ahahaha. Ahahaha. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist, das zu machen. Allerdings, es hat funktioniert. Also von daher... Wichtig ist, dass es funktioniert. Nicht, wie der Weg dorthin ist. Wie in der Mathematik gibt es ganz viele verschiedene Rechenwege. Allerdings, dass das Ergebnis zählt. So. Fangen wir nicht direkt ab. Diesmal habe ich auch den Trenunuki noch hoffentlich eine Weile. So. Aha. Wunderbar, wunderbar. Ich habe mich kurz geschützt. Ja, ich lasse ihn mal zu mir kommen. Ich lasse ihn einfach mal ein bisschen zu mir kommen. So. Wunderbar. Dann hier hoch. Weil hier oben kommt er nicht hin. Da ist man so ein bisschen safe. So. Kurz warten. Kurz warten. Das ist echt keine Schwierigkeit, wenn man hier oben steht. Ah, jetzt sind wir lieber weg. Okay, okay. Die sind immer noch groß. Also von daher. Ah. Machen wir mal so. Ich warte darauf, dass er zu mir kommt. Weil da oben, das ist mir ein bisschen zu eng. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, jetzt ist er auf diesem Ding drauf und dann kann ich ihn ab. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann gib mir bitte den Schlüssel her. Jetzt bin ich gespannt, wo komme ich jetzt hin? Wahrscheinlich zu Welt 3 müsste das sein. Da müsste ich jetzt hin kommen. Genau, Welt 3. Oder komme ich direkt in die Blumenwelt? Ich glaube nein. Ne, Welt 3. Yay. Ein neues Paket. Das Pilzpaket ist verfügbar. Dann gehen wir direkt wieder zurück zur Pilzwelt. Denn hier gibt es ja noch die Kanone. Die werden wir direkt betätigen. Und damit uns zu Welt 3. Blume schießen. Ach, ich habe jetzt wieder Tanuki. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber ich würde gerne die Level mal ohne Tanuki machen. Allerdings, ja. Es führt halt keinen Weg dran vorbei. Es sei denn, ich springe die ganze Zeit. Und lass mich vielleicht mal... Ich lass mich vielleicht auch mal treffen. Komm, dann lass ich mich einfach mal treffen. Damit ist das dann so ein bisschen schwieriger. Das ist ja auch eine kleine Herausforderung. Das ist vielleicht noch so ein Vorläufer von diesem Super Mario Smartphone Jumping Ranspiel. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Da muss man ja auch... Läuft ja Mario die ganze Zeit wie hier. Und muss man halt immer drauf tippen. Genau, und hier sind wir in der Blumenwelt. Okay, was hat die Blumenwelt für uns parat? Da bin ich mal gespannt. Einer, das schaffen wir auf jeden Fall noch. Okay. Gibt es hier jetzt insgesamt Mini Mario... Ne, Mini Mario gibt es hier nicht. Weil wegen Mini-Pilzröhren gibt es da. Ja. Jetzt will ich noch den anderen Block betätigen. Den anderen Block betätigen. Danke sehr. Okay, ja gut. Die ganzen Röhren prüfe ich jetzt nicht, ob da auch was ist. Ich denke mal, selbst in den Mini-Röhren ist nichts drin. Würde ich einfach mal schätzen. Oh, was war das gerade? Ich dachte mir, in dem Moment, wo ich auf einen Koopa draufgesprungen bin, auf einen Paar Koopa... Ja, eigentlich ganz easy, dann hier in Starcoin ranzukommen. Pustekuchen. Das heißt, ich kann das jetzt ganz... Ja, jetzt kleiner Mario machen. Yay. Yay, es ist gleich nochmal schwieriger. Aber eigentlich ist es hier nicht schwierig. Es ist echt... Es ist echt nicht schwierig. Aber okay. Ist mal wieder so ein typischer Fail von mir. So, zack. Kommt, die grüne Röhre ist ein bisschen... Aha. Grüne Röhren bei vielen Röhren, also vielen unterschiedlichen farbigen Röhren, sind grüne Röhren immer am sassesten. Wenn ich das mal so ausdrücken darf. Okay. Okay. Ich warte darauf, dass hier hinten ein Starcoin ist. Aber das sieht nicht dann aus. Nee, keine Starcoin. Aber warum ist da noch eine blaue Röhre? Das ist merkwürdig, dass da noch eine blaue Röhre ist. Ich würde mal sagen, ich merke mir mal blaue Röhre. Das heißt, blaue Röhren, die vielleicht weiter oben sind, die werde ich nochmal ein bisschen abschnecken. Und tatsächlich hat man damit eine Starcoin übersprungen. Wie fies ist das bitte? Ich hasse sowas. Darum bin ich jetzt nochmal zurückgegangen. Um zu prüfen, ob hier vielleicht ein Starcoin war. Tatsächlich ja. Und gut, dass ich noch nicht in die Halbzeit reingegangen bin. Weil sonst werden die nicht abgespeichert. Und ich kenne mich. Wenn ich feile und die Starcoin nicht abgespeichert ist, ich gehe nicht nochmal zurück. Ich denke da nicht dran. Okay, okay. Komm ab, nehme ich natürlich auch. Geht es da noch weiter hoch? Nee. Nee, 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 nee. Gut, die blaue Röhre war zwar ein bisschen merkwürdig da in dem Level, aber... Hm. Muss ich vielleicht auf diesen Block hinauf? Warum springst du nicht? Ja, muss ich. Muss ich die Münzen zeigen das an? Nein. Die Münzen haben das angezeigt. Vielleicht ist es dann ein Secret Exit oder so. Hier schicke ich jetzt die Grünröhren. Vermute mal Secret Exit. Oder das normal Ziel und der Treffer war jetzt nochmal billig. Dann war da die dritte Starcoin. Ah. War wieder ärgerlich. Gut, dann hole ich das kurz nach. Wie viele Level haben wir hier eigentlich? Wieder vier normale, das Schloss und vermutlich zwei extra Level. So sieht es zumindest aus. 20.000 Münzen. Yeah. Im W�ing, ich mach 9 Millionen. So, dann nochmal auf ein neues. Jetzt müsste hier dieser Block gewesen sein. Tu erstmal hier weg. Zack. Ah, okay. Der, der rechte war's. Ich glaube, der Block ist weg. Der Block ist weg. Der Block ist mal wieder weg. Ah. Ach, jetzt ist natürlich meine Halbzeit ja auch nicht gespeichert, weil ich das Level so beende. Ah, na gut. Das Level ist eigentlich auch trotzdem ganz nice. So, das ist hier, so wie ich sehe, der höchste Punkt. So. Und jetzt hier drauf bleiben. Jetzt hier drauf bleiben. Weil die Münzen, die sind so merkwürdig da platziert. Genau. Und dann haben wir das. Dann haben wir das. So, und jetzt muss ich hier einfach nur dran vorbei. Was? Was? Ähm, das ist nicht die Starcoin. Das ist nicht die Starcoin. Gut zu wissen, dass hier in dem Level ein Secret Exit ist. Aber ich muss wieder rein. Wo ist die letzte Starcoin? Hä? Den Tod hat keiner gesehen. Oh. Oh, da ist sie. Da ist sie. Aha. Wenn man hier ganz weit nach rechts geht, dann sieht man sie. Okay, man hätte drauf kommen können, dass man hier halt ein Mannschaften rausführen kann. Sehr cooles Versteck. Sehr cooles Starcoin. Hat mir gefallen. Und dann würde ich sagen, jetzt schnell ab ins See. Ab ins See. Ab ins See. Das müsste ja hier direkt gewesen sein. Also von daher, brauche ich da jetzt auch keinen Cut mehr setzen. Ja, im nächsten Part geht es, wie gesagt, hier in der Blumenwelt weiter mit einem Geisterhaus. Das Geisterhaus der Pilzwelt war ja schon ganz cool. Daher mal gucken, wie es hier in der Blumenwelt ist. Und sonst auf die anderen Level freue ich mich auch. Von daher, bis dahin. Euch noch einen schönen Tag. Und tschüss. Ich finde die Musik mega nice. Bis zum nächsten Mal.